Servus und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute ist der Daniel zu Besuch. Und weil ihr ja bestimmt mitbekommen habt, dass ich in letzter Zeit ganz gerne Reaction-Videos mache, dachte ich mir, warum nicht den Daniel und mich ein bisschen in nostalgische Stimmung versetzen. Und ihr seht es auch schon hier oben, wir gucken heute alte Videos von unseren YouTube-Channels. Wir fangen an mit dem ersten Video beim Daniel. Wir haben das mit einem iPhone gefilmt damals noch. Ich habe auch meine ersten Videos mit dem iPhone gefilmt. Also ich würde sagen, Daniel hat gesagt, Sunny Chai wäre sehr, sehr witzig. Deswegen gucken wir uns das mal als erstes an hier. Das war das auch damals im Review-Shop. Alter, kreift die Sau, ohne Witz. Oh, noch ganz altes Intro. Oh, noch unser alter Kanal. Ja, ja, Gaming-Kanal, den wir damals... Yo, Leute, herzlich willkommen bei Uncovered. Wir stellen euch heute den Tabak Nameless vor. So nice, einfach ein Trikot. Machst du heute auch nicht mehr, ne? Ne. Oh, was ist das für eine Pfeife, die ihr da geraucht habt? Kaya Elox 580 in blau. Kaya Elox 580. Jeder hat einen schönen Energy am Start. Zimmer null aufgeräumt. Null, keine Räder. Richtig schön oldschool. Ich rauche noch so einen anderen Tabak da rechts. Ist scheißegal, ist zwar das Review, aber who cares, ne? Who cares, man? So, willst du heute auch nicht mehr machen, oder? Freunde, der Sessel nimmt das halbe Bild ein. Ja, ist echt so. Steht einfach noch so ein Sessel im Bild. Vor allem so ein schöner Oma-Sessel. Ja, man. Ne, nehmen das Sunny Chai. Bruh. Bruh. Der Effekte-Meister war auf jeden Fall am Start. Das ist Zitrone und schwarzer Tee. Die Motivation richtig krass, ne? Ja. Diese Energie. Also ich finde es auch krass. Dieser Elan. Ich finde es krass. Also gerade zu sehen, es motiviert mich richtig, Videos zu drehen. Wir haben hier den Sunny Chai, wie gesagt. Das ist die Nummer 101. Blendscheiser Nummer 1. Schnitt und Kopf vorblendet. Oder auch nicht, oder was? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder ein Bild ein. Damit nimmt man es besser sehen. Wir rauchen im... Haben wir da etwa schon noch Kontakt geraucht? Mit Smokebox, oder was? Maschallah. Also ich habe ja in meinen ersten 200 Videos mit Kamin geraucht. Also Sapphire Number 5 Prime war damals mein Way to go. Nice. Mega geiler Kopf. Guter Einstieg, Digga. Sapphire Number 5 Prime mit Kaya Smokebox und zwei Black Kokos. Und der Kaya E-Lox 580 in blau. Ja. So. Sunny Chai. Würdest du dir heute nochmal so eine blaue Pfeife holen? Diesem Niklas gewesen? Nein, diesem Niklas? Das war ich nicht gewesen. Haben wir auch nicht mehr. Ich fand damals die Kaya Modelle saugeil, weil die mal Farbe mitgebracht haben. Jede Pfeife damals war Edelstahl. Stimmt, damals war es noch relativ neu. Genau. Und das war schon geil. Ich hätte mir damals ein Rot fast geholt. Ich finde, dieses Blau sieht da einfach direkt billig aus. Ja. Heutzutage schon. Früher war das irgendwie was Besonderes. Es war mal was Neues. Zitrone, Schwarztee. Wonach riecht der denn? Also ich finde, der riecht einfach geil. Da gibt es keine... Wonach riecht der? Ich finde, der riecht einfach geil. Ich finde, der riecht einfach geil. Danke dafür, kaufe ich mir. Ein anderer Wörterführer, der riecht einfach wirklich richtig zitronisch. Und der hat so ein... Scheiße, der hat so ein Sperrmageruch. Digger, was hat er gesagt? Uff. Scheiße, der hat so ein Sperrmageruch. Erst mal Tabak mit Sperrmageruch rauchen, oder was? Ich glaube, er hat es anders gemeint. Anders gemeint. Ja, bestimmt, bestimmt, ja. Also lasst euch nicht abschrecken von diesem Schwarztee. Ich habe hier... Das war ein Witz, Mann. Lasst euch nicht abschrecken von diesem Schwarztee. Lasst euch nicht abschrecken von Sperrmageruch. Oh, zu wild. Digga, was war da los? Ich hätte da eine Stelle so... Cut, cut, wir machen doch kein Shisha-YouTube-Channel. Vielleicht haben wir zu viel Energy getrunken. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Genau, er sagt, riecht nach Zitronentee. Und du so, nee, nee, nee. Das riecht nach Zitronen und Tee. Ich wollte es gerade sagen. Das war damals eher so eine Diskussion innerhalb eines Reviews als ein Review. Ja, schon. Tee an sich. Aber der riecht und schmeckt vor allen Dingen auch wie... Sperrbar. Sperrbar. Junge. Wie Zitroneneistähler. Wie diese... Nein. Doch. Nein. Maschallah. Kügelchen da, die sie jetzt mal auflösen, ne? Preislich sind wir hier bei 15,90 Euro. Krass, oder? Also 15,90 Euro für den Tabak. Heutzutage fast undenkbar. Ja. Krass eigentlich. Das ist echt so. Schade. Ich meine, bis vor kurzem noch Adalia. Ja. Und jetzt sind sie, glaube ich, auch auf 17 Euro, wenn man es rumrechnet. Und Hasso noch. Hasso? 14,90 Euro. Echt? Fucking Freezy, ja. Ach, krass. Aber das war es. Das war es, glaube ich. Und Al, ja, hier. Alvaha. Ja, ja, hier. Ja, so ein Aluverschluss, den ihr einfach nur aufmachen müsst. Und dann könnt ihr den Tabak direkt fertig... Das war damals auch noch mega special. Das war damals revolutionär. Das ist so. Das hatte keiner. Das war so geil damals. Ey. Früher immer diese scheiß Dosen gekauft. Ja, Mann. Doppelt verzippten Tabak drin. Du machst den ersten Zipper auf. Oh, ja. Hast nochmal diese Plastiktüte drin. Du machst alles dreckig. Musst das über der Spüle machen. Leute, das war eine Krise. Die halbe Uhr lassen wir weg. Danach. Weil das alles in diesem Zipper drin war. Marius schreibt noch, lockeres Dosen-Review. Marius, kein Problem. Zwischendrin gibt es noch ab und zu einen Spermatabak. Geschmacklich, was kommt denn durch? Da sieht man mal, wie schlecht die Rauchentwicklung aussieht, wenn da kein Licht drauf ballert. Ohne Licht, ja. Wollte ich gerade sagen. Krass. Ich finde es harmonisch. Also es ist wirklich gut betroffen vom Geschmack her. Wirklich. Also du hast auf jeden Fall diese Schwarze Note im Geschmack viel mehr als im Geruch. Aber auch wieder nicht falsch verstehen. Wer das Schwarze nicht mag, lasst euch davon nicht absprechen. Das passt einfach zur Zitrone. Das ist so ein bisschen, diese Zitronen-Bapp-Süße geht gar nicht meiner Meinung nach. So gut zusammen. Das ist eine absolut geil Kombi. Ich feiere den Maridane-Le-Tee so krass. Kaufempfehlungen? Ja, nein? Definitiv. Definitiv. Also mein persönlicher Lieblings-Tabak momentan. Wenn ihr noch irgendwas anderes sehen wollt oder irgendwelche Ideen habt, schreibt es uns gerne rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Macht's gut. Freue ich die lauter Instagram. Auch gut, dass das letzte Video verlinkt wird. Sehr gut. Ich fand's, also ich hab jetzt gedacht, es wäre schlimmer. Ja? Also klar, man sieht voll Licht, was das ausmacht. Man sieht, was Kamera ausmacht. Man sieht, was ein strukturiertes Review ausmacht. Ja. Aber dafür, dass es zwei Jahre alt ist oder zweieinhalb, also dafür finde ich es okay. Ja. Also ich find's, für euer erstes Tabak-Review, abgesehen von Sperma und abgesehen von drei Minuten Dosen-Review, saugut. Ja. Und vor allem, man muss dazu sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt irgendwie 100 Abos. Ja. Also dafür echt nice. Und Leute, falls noch neue dazugekommen sind, sehr, sehr gerne bei mir ein Abo dalassen. Ihr wisst es, der Traum vom 100.000 Abonnenten-Creator-Award erlebt. Sehr, sehr gerne noch ein Abo dalassen. Oder Dani, du kannst es bestimmt auch sagen. Ja, wäre schon krass. Und dieser Play-Button, wenn du da so viel Arbeit und so viel Zeit reinsteckst, das irgendwann als Reward dafür hinter dir hängen zu haben. Vor allem, es ist nur eine Platte, aber im Endeffekt... Nein, es ist nur eine Platte. Nein, nein, vom Ding her. Es ist nur eine Platte, aber es ist so viel wert. Ja, ja, genau. Das ist der intrinsische Wert dahinter. Der ist halt... Digger, das ist so krass. Ja. So, deswegen Leute, wenn ihr uns ein bisschen helfen wollt, sehr, sehr gerne noch ein Abo dalassen. Natürlich bei mir, aber auch beim Daniel. Der ist natürlich auch im Titel verlinkt. Da ist übrigens dein Kanal-Trailer. Mhm. Sollen wir den einfach kurz vorne weggucken? Ja, komm. Also als Bonus? Machen wir. Oh Leute, das ist so, so, so cringe. So cringe. Man muss aber auch hier wieder dazu sagen, bei uns wirkt das so, ja krass, für das erste Review. Bei dir ist das aber wieder um drei Jahre her und bei dir gab es nicht so viel, wo man sich fast abgucken konnte. Das stimmt, ja. Shisha-mäßig gab es nicht so viel. Bei uns gab es schon jeden. Vor allem gab es damals keinen Reviewer, der irgendwie eine überkrasse Quali hatte. Ja, genau. So mittlerweile haben sich ja alle weiterentwickelt und, also ihr werdet mir bestimmt gleich zustimmen. Bei mir auch eine relativ krasse Entwicklung, wenn ihr euch jetzt so eins der letzten Videos anguckt und eins der ersten. Oh Junge, war das eine Entwicklung. Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, aber es ist immer das fucking selbe Bild von mir. Stimmt. So, was habe ich mir damals gedacht, Digga, es ist immer das selbe Bild. Da kommt irgendwann, da kommen andere, aber da haben wir einfach keine Thumbnails zugemacht. Also, als kleinen Bonus gucken wir als erstes den Kanaltrailer an. Mach den doch mal als aktuellen Kanaltrailer rein. Bestimmt. Wir gucken erst mal rein, bevor ihr den schon als Kanaltrailer haben wollt. Moin Leute, Marvin hier für die Shisha-WG. Auf dem Channel werdet ihr den Zug. Was sind diese Emojis? Was? Warum? Erklär mir den Hashtag. Ich kann es nicht erklären. So wird es nicht die ganze Zeit da, oder? Doch. Okay. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Keine Ahnung, ich weiß es doch selbst nicht mehr. Aber das ist in Koblenz, oder? Ah, okay. Aber das war noch einer von den guten alten Bro-Hood-Promkirpen. Bro-Hood, ja, absolut. Sehr nice. Hab ich auch noch einen. Kamin, trotzdem Schmutz. Kein Bro-Hood-Kamin. Ey, damals wusste ich es nicht besser. Schau doch, das ist auch der Bro-Hood-Kamin, aber es ist halt trotzdem ein Kamin. Der ist so nice. Der ist ultra nice. Also für Kamin war dieses Bro-Hood-Set das Beste, was es jemals gab. So gut, so gut wirklich. Es war killer. In Zukunft von mir Tabak-Reviews, Pfeife-Reviews und Co. sehen, beziehungsweise alle Themen rund um Shisha. Ich bin, wie eben schon gesagt, der Marvin. Bin 24, komme aus Koblenz und studiere hier und rauche schon seit etlichen Jahren Pfeife, kenne alle möglichen Tabak-Marken, Kopfbauarten und so weiter. Vielleicht haben wir uns sogar schon mal auf dem einen oder anderen... Funnel, kennste Jung, kennst du Funnel? Alle Kopfbauarten, krass. Ja, drei Viertel voll im Tod-Kopf-Kamin drauf. Hab gut viel Tabak reingemacht. Event getroffen oder auf der Shisha-Messe. Ja, ich hoffe, ihr raucht das eine oder andere Köpfchen mit mir und habt Spaß an den Videos. Our takes? Die Hälfte von dir. Nein, so scheiße. Oh, Cut! Cut! Also du willst wirklich Phantasia-Surfer sehen, ne? Ja, klar. So, bist du bereit, Daniel? Ja. Sollen wir das jetzt gucken, ja? Ja. Servus, Freunde. Marvin wieder hier. Heute bringe ich euch das nächste Tabak-Review. Und zwar haben wir heute den Phantasia-Surfer. Früher hieß der, glaube ich, auch mal Phantasia-Surfer on Acid. Ganze kommt in dieser schön schwarzen Dose, die ich euch gerade schon mal einblenden werde. Für 200 Gramm müsst ihr allerdings 24,80 Euro bezahlen. Ist etwas teurer als die meisten anderen. Es war halt auch so ein typischer Ami-Tabak, ne? Das war damals Starbust, Phantasia und Social. Das waren so die gehypten Ami-Tabaks, würde ich sagen. Oh, guck mal, da durftest du sogar noch Sorten auf die Dosen schreiben und so. Ja, ja, alles. Da war ja noch gar nichts mit TPT. Da konntest du noch komplett Dosen machen, wie du wolltest. ...Tabak-Sorten. Ja, was soll das Ganze sein? Unter Surfer kann man sich ja erstmal relativ wenig vorstellen, wobei man mit Surfer vielleicht schon so ein bisschen tropisches Klima und sowas verbinden könnte. Und zwar ist das Ganze eigentlich laut Phantasia... Milch? Ja, ich weiß, was du meinst. Surfer! Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Pineapple Juice und Kokosnuss rum. Auf jeden Fall eine etwas ausgefallene Sorte als jetzt euer Standard Traubeminze, Zitroneminze und Co. Ja, wie gesagt, etwas teurer, also darf man auch ein bisschen mehr erwarten, finde ich. Kommen wir jetzt erstes mal zum Schnitt. Den seht ihr wie immer noch mal eingeblendet. Fand ich früher so geil, so leicht in 3D da das Bild noch reinzumachen. Ich so, holy fuck, Digga, Bild in Bild, 3D-Effekt. Junge, das ist der Shit. Willkommen in 2021. Schön mit der Zange bauen. Ja. Und dann nachher noch an die Kohle gehen. Wenigstens nicht mit der Kohlezange. Und danach zum Geruch. Basti ist auch noch am Start. I'm Hardstyle, Defcon Regelbro. Stimmt. Defcon war ich tatsächlich nie, aber ich habe damals noch sehr viel Hardstyle gehört. Vielen, vielen Dank für deine 2 Euro Donation, Digga. Der Schnitt ist meiner Meinung nach ein bisschen zu grob. Dürfte noch ein bisschen feiner sein. Wenn ihr im Tonkopf braucht, geht es klar. Im Hotchalate ist es ein bisschen gefummelt. Ja. Aber dürfte ein bisschen feiner sein. Geht aber gerade noch so in Ordnung. Der Geruch. Guck mal, wie der Kopf noch vom letzten Kopf am Siffen ist, ey. Das ist so krass damals mit den Tonköpfen gewesen. Ja. Aber den hätte ich... Guck mal, der hat auch schon eine Macke unten in der Mitte. Scheißegal, Digga. Ja, Digga. Ich habe den... Ich weiß nicht, wie viel Köpfe ich in dem Kopf geraucht habe, aber... Da wurde ein Tonkopf zu Tode geraucht, bis der nächste angebrochen wurde. Ja. Aber der war schon 8 Mal tot. Ja. Egal. Weiter geraucht. Ja, auf jeden Fall kommt eine schöne Kokosnussnote durch. Die Ananasnote... Ja, doch. Die Ananasnote kommt auch gut zur Geltung. Wechselt sich schön ab. Die Rumnote... Ja, ist schwierig festzulegen, ne? Es hat so eine leichte, säuerliche Note unten drunter. Und das könnte man dann als Rumnote interpretieren. Riecht aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und macht 4th Guidal aufs Rauchen. Womit wir auch direkt zum Rauch kommen. Jetzt bin ich gespannt. Ohne Licht und alles. Sieht aus wie so einer Shisha-Bahn, ne? Wenn ich das heute sehen würde, ne? Würde ich sagen, Schmutz. Ja, der kann kein Kopfbaum mit zu sagen. Aber Digga, für damals Tonkopf-Kamin war es okay. Das hat ja auch Safebook geraucht. Ja. Aber das sieht man halt null im Medium. Du siehst auch, es war ja schon abends im Dunkel. Und da gerade noch irgendwie ein Licht angemacht und auf mich geballert. Digga, wenn ich heute allein so schattend sehen würde, würde ich ausrasten. Ihr seht schon, Phantasia raucht brutal. Brutal ist auch ziemlich, ziemlich feucht. Oh, da hat sich eine Ringe down. Raucht auf jeden Fall mega. Ringe gehen natürlich auch klar. Wie schmeckt das Ganze? Ich habe schon mehrere Sorten von Phantasia geraucht und war bis jetzt immer begeistert von Phantasia. Ich finde, die haben einfach sehr, sehr ausgefeilte Sorten. Ich hätte es länger in den Arken, alles klar. So auch die. Und den Geschmack. Ich hatte oft das Problem, dass mir viele Ananas- und Kokosnusssorten, die ich geraucht habe, nicht so gut geschmeckt haben. Weil Kokosnuss meistens relativ lasch war. Genauso wie Ananas. Das ist aber bei einem Phantasia-Surfer ganz anders. Also das ist wirklich mal ein Kokosnuss- und... wie monoton und leise ich damals noch geredet habe, ey. Das ist so eine krasse Gewöhnungssache. Das ist nur fünf Minuten lang, das Video. Aber ich glaube, ich hätte selbst bei Minute zwei weggeschaltet, weil es mir zu langweilig gewesen wäre. Aber das ist so eine Gewöhnungssache, wie du redest, wie du betonst. Das ist so krass. Das gewinnst du dir nur über Jahre. Das ist mittlerweile, manchmal sagen das halt noch Leute so, Digga, deine Betonung, deine Sprache, wie flüssig du redest und so. Voll krass, voll nice. Und mir fällt das gar nicht mehr auf. Nee, das ist bei mir auch, wenn ich jetzt ein Video von vor zwei Jahren gucke oder auch im Stream, wie man damals geredet hat, das ist ganz anders. Das ist... ...ananas-Tabak, der mir wirklich sehr, sehr lecker schmeckt. Das einzige Problemchen ist, von der Rum-Note merke ich jetzt nicht so viel. Ja, vielleicht könnte man es reininterpretieren, aber um ehrlich zu sein, schmecke ich nicht viel von Rum. Macht aber eigentlich nichts, weil der Tabak super, super lecker schmeckt. Die Feuchtigkeit ist top, die Dose ist schön, kommt noch mal in den Zipper und ist gut verpackt, kann man auch direkt so lagern, ohne Probleme. Also Rauchbombe, Geschmackbombe, alles Bombe. Der Tabak bekommt von mir die Höchstwertung, die ich bis jetzt vergeben habe, und zwar 9,5 Sternen. Ich feide mich extrem. Geil. Ich finde sie eine kleine Geschichte dazu. Im nächsten Video wieder. Guten Rauch euch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, Tanks. Zu wild. Darf ich jetzt bitte mein Review-Train? Was sehr interessant ist auf jeden Fall, jetzt kommt die fucking Pizza. Ja, Tanks fand ich tatsächlich ganz cool. Ja, ist aber immer cool in so einem Video. Ja.